Ich weiß, wie es funktioniert. Rumlaufen, Schießen, Töten. Du Biest! Da, guck mal hier! Ich finde, ich schlage mich fantastisch. Wow! Ah, nein! Wie soll ich jetzt schmecken, Mann? Bin ich gerade einfach nur scheiße? Ich würde sagen, ganz stark angefangen und dann ganz stark nachgelaufen. Jetzt haben wir so viele Technik-Videos gemacht. Jetzt wollen wir einfach mal in der HMX2 zocken. Und als Besonderheit natürlich den Monitor ein bisschen in den Mittelpunkt stellen. Eine 200-Hertz-Bombe-Ultra-WQHD-Auflösung, also ultrabreite Auflösung. Richtig fett! Los geht's! Hallo, du musst gerade deine Kamera auf meinem Kopf hier abstellen? Ja! Vielen Dank! Richi, du musst doch auch sowas gut zeigen. Wer stört? Wer stört? Wer stört? Was bist du denn hier? Dennis, von dir habe ich gehört, du bist ein Call-of-Duty-Fanboy. Stimmt das? Aber auf der Konsole, ja. Na ja, Konsole war ich stark. Ich bin damals immer nur mit einer Pistole rumgelaufen, während alle mal gesnipert haben. Bei welchem Nickname bist du bekannt in der Online-Welt? Ups, Junge! Ups, Junge! Ich habe ja eine Liste, die muss ich abarbeiten, ne? Damit wir keins dieser tollen Techniken... Ich habe es auch kurz genug geschrieben, dass du das auch ohne Brille lesen kannst. Und deswegen habe ich auch eine Brille aufgeschlagen worden. Alter. Also. Asus ROG Thrift PG35VQ. Das müsste dieser Monitor hier sein. Technik, Quantum Dot. Da sich die Nanopartikel sehr fein steuern lassen, sind die der traditionellen LCD-Technik in der Farbdarstellung, in der Homogenität der Ausleuchtung überlegen. Nachteile? Liquid Stabilität und Schwarzwerte. Die nehmen nämlich ab. Alter, da wird einem ja schwindelig, ey. Boah, ist das krass. Langsam frage ich mich, ob Dennis hier die Richtige für das Video ist. Ich frage mich allgemein, ob ich hier überhaupt richtig bin. Wow! Ja, man kann schon sterben. Michi, wo warst du? Kaffee holen. Also normalerweise steht man auf und lässt älteren Herrschaften den Platz. So, Kenas, habt ihr überhaupt schon was zu dem Monitor erzählt? Das ist wieder mein Part, oder? Habt ihr es mir jetzt 214 erzählt? Wir haben noch gar nichts erzählt. Oh mein Gott. Was habt ihr denn so gemacht? Gezockt dort habe ich, oder? Guck mal, warum ist der Biss denn so schnell und der nicht? Weil das ein Tank ist. Es gibt verschiedene Klassen bei dem Spiel. Tanks aus erzielen im Teil. Ich bin hart enttäuscht. Ich bin auch hart enttäuscht von dir. Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich bin hart enttäuscht von euch. Ich mache mir hier einen Wolf und organisiere von den Sponsoren geile Hardware, wie jetzt zum Beispiel hier diese Taspator. Die könnt ihr dreimal gewinnen. Aber dazu müsst ihr halt mitmachen bei unserem Instagram, Twitter und Facebook Spiel. Geil, Dennis. Dem sogenannten Höllometer. Addet uns enttäuscht einen Kumpel und macht das Hashtag HMX2 dazu. So. Aber jetzt, wir wollten ja eigentlich über den Monitor reden. Hallo. Hört mich mal zu. Ich würde das jetzt F drücken müssen. F wäre jetzt super gewesen. Ich muss gerade Dennis erklären, wie das Spiel funktioniert. Er hat es noch nicht so ganz verstanden. Ich weiß, wie es funktioniert. Rumlaufen, Schießen, Töten. Am Ende laufe ich rum und sterbe. Ja und in unserem Fall sogar mit 200 Bildern pro Sekunde rumlaufen, töten und sterben. Ja, also wir haben jetzt Overwatch gewählt, weil wir hier gesagt, bei höchsten Qualitätsstufen halt auf diese 200 Bilder pro Sekunde kommen. Das ist ein 200 Hertz Monitor. Da sieht man am besten, wie synchronisiert wird. Synchronisation erfolgt über Nvidia G-Sync. Und vor allem, es war der erste Monitor mit Ultra-Wide Quad HD Display, wenn man es aussprechen will, mit 200 Hertz. Maß aller Dinge bei 4K sind ja momentan 144 Hertz. Und der hat ja quasi fast 4K mit seiner UWQHD-Auflösung Ultra-Wide. Wie viele sind das? Basti, jetzt müsstest du auswendig wissen. 3440 auf 1440. Sehr gut. Der hat es wahrscheinlich nicht gelernt. Also fast 4K und wir haben hier schon 200 Hertz. Also der schnellste und breiteste Bildschirm, den es momentan auf dem Markt gibt. Nicht mehr. Mittlerweile gibt es von Acer noch ein exakt gleiches Display. Also jetzt haben wir den exakt den gleichen Display-Typ von AWOptronics. Ah krass, okay. Sorgt mal eine Runde, weil da wollen die Leute ja nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen technischen Daten langweilen. Ich versuche die Clever immer mal wieder einzuweben hier in das Spielgeschehen. Ich habe mir deswegen extra eine Liste gemacht. Ich brauche noch einen Stift zum abhaken. So, warum haben wir jetzt nicht glatte 200 FPS und die ganze Zeit 997? Hat den Hintergrund, ich habe einen FPS-Limiter eingeschalten, weil wir nämlich nur im Bereich von 1 bis 200 Hertz G-Sync verwenden können. Also die Bildwiederholrate der Grafikkarte mit dem Monitor synchronisieren. Okay. Und wir würden bei Overwatch schlichtweg, weil es nicht so grafisch anspruchsvoll ist, deutlich mehr FPS erreichen. Ja. Und dadurch werden wir außerhalb dem Bereich von G-Sync. Das heißt die Synchronisation wird nicht mehr funktionieren und dadurch hätten wir dann Screen-Tiering, was wir nicht haben wollen. Weshalb ich eben die FPS auf 197 im Menü limitiert habe. Ja. Und warum 197? Weil die FPS, wenn ich es auf 200 festlege, können auch gerne auf 202 oder 203 nach oben schwenken. Und dann werden wir wieder eben aus dem G-Sync-Bereich rauszwingen. Da habe ich es auf 197 festgelegt. Und deswegen… Jetzt wollte ich dich gerade loben, dass du neben dem tollen Erklären auch noch gut spielen kannst. Dann ist er gestorben. Dann ist er gestorben, ja. Schlechtes Timing. Aber genau deswegen habe ich es auf 197 festgelegt. Wenn es dann eben ein bisschen nach oben schwankt, dann sind wir vielleicht bei 198, 199, aber eben nicht über 200. Und das ist dementsprechend immer noch im G-Sync-Bereich. Cleverer Move. Also du hast schon Erfahrungen gesammelt mit Overwatch, oder? Ich habe Erfahrungen gesammelt, allerdings tatsächlich nur in der Beta-Phase. Also ich glaube, das letzte Mal, dass ich das gespielt habe, ist jetzt noch Schauspieler. Eineinhalb, zwei Jahre her. Ach so lange ist das schon wieder her? Du hast gelernt, dann warst du noch. Offensichtlich. Aber wenn du gelernt hast, dann vergisst du es nicht wieder. Und bei dir? Wie ist es da? Hast du mich jetzt schon was gelernt? Du musst das herren. Ja, weißt du, komm du mein Alter, da lassen die Gehirn schon ein bisschen nach. Und dann, manche Sachen hat man vielleicht irgendwo gespeichert, aber man kann sie nicht abrufen. Man kommt nicht mehr dran, ne? Kommt nicht mehr dran, ne? So, wie lange geht das noch? Ich meine, wir haben hier eine geile Kiste und wir spielen Overwatch. Ich würde jetzt dann doch gerne mal irgendwie neuere Titel spielen. Ja, ich bin auch schon wieder gestorben, weil du mich abgelehnt hast. Mann, Michi. Ja, lass mal. Ne, man kann die Runde hier nicht beenden, weil es ist ein Online-Titel. Das heißt, wenn ich jetzt hier verlasse, dann ist mein Team nur noch 5 gegen 6 und nicht mehr 6 gegen 6. Das ist ja dann deren Problem, nicht mehr dein Problem. Ach, du hast schon wieder gestorben. Ich sag mal so, auch im Spiel lässt du gerade dein Team im Stich, in dem du die ganze Zeit stirbst. Ja, aber wir können ja die Gelegenheit nutzen, hier noch ein paar Punkte abzuhaken. Also, wir haben wie gesagt die ultrabreite 21 zu 9 Auflösung gekrümmten Bildschirm. Das heißt, du kannst da auch ganz toll Kinofilme, Netflix gucken auf dem Bildschirm. Ja, genau dafür ist die HMX2 gedacht. Zum Netflix gucken, ja. Naja, du zockst ja nicht den ganzen Tag. Ja, ich meine, wir haben das letzte Mal ausgerechnet, was das für einen Stromverbrauch hat, was das dann kosten würde. Wenn man jetzt den ganzen Tag nur zocken würde, ist das ein bisschen teurer. Ganz kurz, ich fand das so krass, in diesem Video haben wir voll viele drunter, du hast ja glaube ich eine Stunde ausgerechnet, oder? Dann haben wir Leute drunter geschrieben, ja, aber was denn, wenn ich dann 10 Stunden am Tag zocke? Dann würde ich sagen, Alter, du hast ein ganz anderes Problem als die Stromverbrauch. Das war auch etwas irritierend, wie das die Leute getriggert haben. Get it alive, bitch! Ich meine, das ist natürlich nicht gemeint, dass wir davon ausgehen, dass hier jeder eine Stunde pro Tag zockt, sondern das war halt einfach nur eine Beispielrechnung, damit ihr euch das selber ausrechnen könnt. Das war eine typische Mathebuchrechnung, irgendjemand kauft sich 50 Äpfel im Supermarkt. Wir wollten ja hier auch über den Bildschirm reden, ne? Ja, genau. Michi versucht es immer wieder. Michi versucht es immer wieder. Ja, ihr lasst euch relativ leicht ablenken und wir lassen dann ganz woanders, ja. Also jetzt dann gleich Call of Duty, das neue. Ja, genau. Das ist nicht mit Filmen, ich tippe gerade das Passwort ein, das ist jetzt unwahrscheinlich. So, wie war das Passwort? 1, 2, 3, Dennis, der Beste? Genau. Dennis ist der Beste, ja. Der Simon... Ah, nee. Jetzt würde ich seinem WLAN-Passwort verraten. Dann müsste ich jetzt sein Passwort wieder ändern. So, ihr zwei tauscht jetzt mal Plätze, dass der Dennis gescheit sitzt. Ja, aber da warten wir, wir wechseln einfach mal durch und du hast doch den Gammelstuhl. Mann, 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 Mann. Und hast du Platz genug? Nein, rutsch mal. Rutsch mal. Ganz wichtiges zum Monitor, bei 200 Hz haben wir keine 10-Bit-Farbtiefe, sondern nur noch 8-Bit-Farbtiefe, weil DisplayPort aktuell nach dem aktuellen Standes einfach nicht übertragen kann. Deswegen, wenn wir jetzt irgendwelche Rollenspiele spielen, wo wir natürlich dementsprechend auf eine höhere Farbtiefe oder HDR oder Raytracing oder so setzen wollen, stellen wir die Wiederholungsrate auf 165 respektive 144 runter. Jetzt wollen wir was sehen, Dennis. Jetzt wollen wir echt was sehen, ne? Jetzt kannst du ja eigentlich nur blamieren. Wie sollst du jetzt Sniper, Mann? Sniper auf dem kleinen Raum, Alter, das kann ja was werden, Dennis. Wie kann nicht die Waffe wachsen? Der Monitor hat ja auch ein paar Cheat-Funktionen. Du sollst den ein paar Cheat-Funktionen falsch halten. Oh! Hey! Alter! Du Biest! Du Biest! Da, guck mal hier! Dennis! Was soll ich sagen? Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Oh, fuck. Das war druckig. Ja, das war ich. Würde hinlegen. Wenn ihr uns übrigens unterstützen wollt, in unserem Shop gibt's auch ganz tolle Tassen. Ja, und T-Shirts. Ja, und T-Shirts, ne? Michi, das passt mir das so gut, das versteckt dein Bauch auch so schön. Ja, das versteckt total gut, mein Bauch. Also, ihr wisst ja, jeder Euro hilft, ne? So, wir haben jetzt schon 130 Frames hier. Man muss dazu sagen, Call of Duty, der neue Teil unterstützt kein SLI. Das heißt, wir können eh noch eine Titan nutzen. Was? Was? Ja, vielleicht wird's noch gepatcht. Da muss erstmal RTX funktionieren und DLSS, ne? Ja. Genau. Weil's jetzt in der Welt auch nicht funktioniert. Kantenklettern, ja. Das sind sozusagen... Da oben ist einer. Ne, hab's gesehen. Ich hab mir dann ein bisschen... Ich glaube, ein G, ja. Oh, immer G. Ah! Ah! Gut. Das sieht nach einer Schrotflinte aus. Jo. Du musst ja näher rangehen an die Gegner. Captain Obvious hatte ich vorhin. Oh! Boah, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Echt? Der kann was nach der ersten Runde. Dreck. Sofort Abschluss gewonnen. Und jetzt... So kurz davor. So kurz. Hier, guck. Ich hab ihn gesehen. Ich würd sagen, ganz stark angefangen, ne? Ihr ne? Oh, ich... Und dann ganz stark nach... Schön, wenn das jetzt ein Feind wäre. Pam, 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 pam. Den hättest du aber haben müssen. Natürlich hättest du den haben müssen. Aber von der Seite kam noch ein anderer, oder? Ja. Ihr geht besser an. Ich weiß ja nicht, wie was... Oh, oh! Schwenk die mal ein bisschen an, ne? Komm. Also bei einem 20er-Ping... Ne, also das... Das kriegt jetzt alles an dir, ne? Sonst sind wir nachher alle komplett als Binnen-Lukes verstanden. Nein! Aber ich finde, ich schlage mich fantastisch. Wow! Fantastisch. Fantastisch. Der vorletzte übrigens, ne? Nein! Oh, Mann! Dennis hat Spaß. Ich hab keinen Spaß! Oh, da ist einer! Hahaha! Was? Boah, da ist einer! Was? Wo ist der Pisser? Bin ich grad einfach nur Scheiße? Ja, bist du. Hahaha! Hahaha! Da kommt der von hinten! Ja, und du baust vor allem genau vor die Kiste in den mobilen Schutz auf. Das ist einfach nur mit den Tasten gedrückt in der Not, in der Panik. Aber guck mal, jetzt kam gerade einer von vorne und von hinten. Das ist ja quasi unfair. Ja... Dachte, da stehst du drauf. Hahaha! Assist? Du bist. Ja, aber hier war einer. Da... Ah, nein! Ja, der war schon wieder. Der hätte dich umgehst. Alter, du bist so ein Konsolen... Hast du das gerade gesehen? Hallo, Niemals spricht gerade über... Hallo! Guck mal her, so geht das! Das wird schon besser, Dennis. Sag mal, noch ein bisschen üben. Ja, aber jetzt lass uns mal weitermachen. Wir wollten ja noch HDR zeigen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch ein extra Video wollt mit Dennis, Call of Duty zockend. Einfach mal in die Kommentare schreiben und du gehst jetzt mal aus dem Spiel raus und darfst nachher üben. Ja! Ja! Warte kurz! Warte kurz! Nein! Aber ich hab noch eingetört. Ich bin auf Platz 2 meiner Mannschaft. Ja, nein. Ich würde sagen, die anderen sind enttäuscht. Raus jetzt! Raus jetzt! Raus jetzt, Dennis! Spielt bald der aber! Geh aus dem Spiel raus! Warte! Nein, wir warten jetzt nicht mehr. Wir gehen sie aus dem Spiel raus. Und zwar wollen wir das HDR-Feature zeigen. Also High Dynamic Range. Bezieht sich ja auf die Helligkeit und auf die Farbkontraste. Also wir haben mehr Farben, wir haben eine größere Helligkeitsspektrum. Das heißt, du kannst tieferes Schwarz und halt einfach bessere Licht-Schatten-Geschichten zeigen. Und das sehen wir jetzt hier auch ganz gut bei dem Spiel. Mhm. Das ist alles aktiviert, was geht. Alles aktiviert, was geht. Alles aktiviert, was geht. Und eben HDR ist jetzt auch eben auf 1000 aktiviert. Also HDR 1000 heißt, normalerweise wird schon eine Helligkeit von ungefähr 500 Km². Mit HDR geht's dann bis auf 1000 Km² hoch. Also die doppelte Helligkeit. Und dementsprechend dann deutlich besseres Kontrastverhältnis. Und was den Kontrast betrifft, also du hast bei SDR, dem normalen 8-Bit, da hast du 2500 zu 1 Kontrast. Und bei HDR hast du bis zu eine halbe Million zu 1 Kontrast. Gut abgelesen. Hört sich viel an, ne? Hört sich sehr viel an. Ja, wie wir das letzte Mal festgestellt haben, diese ganzen technischen Daten sind eh nicht ganz so aussagekräftig. Vor allem, weil wir auch in unserem Test, könnt ihr übrigens unten in der Videobeschreibung finden, wir haben diesen Monitor ja auch schon ausführlich getestet. Festgestellt haben, dass manche Herstelleangaben nicht so 100%ig stimmen. Also ASUS gibt zum Beispiel eine Reaktionszeit von 2 Millisekunden an. Konnten wir bei unserem Test jetzt nicht immer ganz feststellen. Also bei uns hat die Reaktionszeit ungefähr bei 3 bis 4 Millisekunden gelegen. Wichtige Zahl auch noch, der Input Lag bei dem Monitor ist bei ungefähr 18 Millisekunden knapp drunter. Das ist bei Gaming-Monitoren aktuell ziemlicher Standard. Also da befinden wir uns wirklich mit anderen Gaming-Monitoren quasi vorne auf. Was habt ihr jetzt gemacht? Ja, das Spiel startet gerade. Ja, das Spiel startet gerade. Ihr seid halt auch da, ne? Ich bin halt auch da, ja. Wir können ja den Spielstart ein bisschen überbrücken. Habt ihr eigentlich schon unser neues Comic gesehen? Auf Instagram, auf unserer Webseite. Hier, schaltet einfach mal rein in das neue Comic. Episode 7 sind wir mittlerweile. Und wir behandeln ein aktuelles Thema. War die Tage in den News, ne? Mehr will ich nicht verraten. Aber die Oma, die erschreckt sich. Und dann werden wir sehen, was passiert, ne? Findest du eigentlich auch, dass die Oma gezeichnet ein bisschen Ähnlichkeit mit dir hat? Naja, jetzt wo du es sagst. Also wir haben jetzt die Positionen gewechselt. Sind in Tom Brader. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche. Dein Lieblingsspiel? Absolut. Tageslieblingscharakter. Genau. Und ihr seht jetzt hier HDR in Action. Seht ihr es? Ja, natürlich sehen wir das. Seht ihr den Unterschied? So, jetzt werden wir mal umschalten. Ja, jetzt schaltet mal um, damit man tatsächlich auch weiß, von was wir wählen. Dabei kannst du dir auch gleich mal die Einstellungen zeigen, die wir hier gewählt haben. Also, wie ihr sehen könnt, alles im absoluten Maximum. Mehr kann man nicht einstellen aktuell. Genau. Und dann, wenn du oben auf Bildschirm umschaltest. Oben, ganz links, das große Deckel und Fette. Dann kannst du jetzt unten das HDR immer ausschalten. Und dann die Änderung übernehmen. Oh, krass! Das ist schon mal sehr, sehr krass, dass die Farben einfach viel, viel matt da sind und alles. Voll, absolut! Es wirkt eigentlich so ein bisschen so, finde ich, ein bisschen Vergleich, wenn du jetzt ein LCD-Display oder ein OLED-Display hast. Voll! OLEDs sind einfach viel, viel farbintensiver und teilweise auch schon ein bisschen zu knallig, meiner Meinung nach. Aber wenn man jetzt HDR ausschaltet, dann wirkt das einfach so, dass man über ein Bildschirm komplett einen Grauschleier drübergelegt hätte. Gebe ich dir vollkommen rein. Ja, du hast ja auch so eine künstliche Beleuchtung, man sieht ja viel mehr... Genau, also wenn man es jetzt wieder anschaltet, dann sieht man halt sofort, dass eben alles viel, viel farbprächtiger und alles deutlich leuchtstärker ist. Und das können nicht die meisten Gaming-Monitore? Können tatsächlich nur relativ wenige, also... Ja, schau es dir an! Wir sind auch richtig schön bei den Lampen in uns hinten, ein bisschen intensiver als davor. Und jetzt eben auch zum Beispiel dieses Bild hinten am Gebäude. Ja, auch der Kontrast ist ja viel detaillierter, würde ich jetzt mal sagen. Genau, also gerade wenn man jetzt eben in dunklen Spielszenen, wie jetzt hier in der Anfangsszene von Shadow of the Tomb Raid unterwegs ist, dann kann man auch deutlich besser eben Umrisse in dunklen Umgebungen erkennen. Das ist natürlich auch zum Online-Zocken sehr sehr praktisch, weil zum Beispiel wieder bei COD wäre. Ja. Dann könntest du dann auch die in dunklen Bereichen viel besser spotten. Ja, genau. Sehr geil! Okay, das hat schon was, ne? Definitiv, ja. Also das ist schon ein anderes Lernangeld. Ich meine, die 2800 Euro wollen ja auch irgendwie gut investiert sein, ne? Sehe ich auch so. Dafür sollte man schon was erwarten können. Ich gucke jetzt nochmal auf meine Liste, jetzt müssen wir eigentlich bloß noch RGB abhandeln. Ja, das ist schon aktiviert, das siehst du jetzt hinten schön. Achso, am Monitor. Ich habe es mir eben mal angeguckt, ja. Ja, das ist ein schöner RGB-Cycle, das kann man jetzt entweder über den Monitor einstellen, also da kann man statisch auswählen, RGB-Cycle, glaube ich auch noch irgendwie Musik synchronisieren. Oder man kann es natürlich alternativ auch über Asus Aura Sync mit dem PC synchronisieren. Also die gleichen Farben wie der PC. Genau. Jetzt mal ins Unreine gesprochen, das siehst du doch nicht, wenn du vom Monitor hängst. Du bist auf der Rückseite. Das hast du halt davon. Ja, aber wenn man eigentlich dunkel ist. Der Monitormann sieht es und natürlich bei unseren YouTube-Videos kommt es richtig geil zur Geltung. Also ich meine, man muss es ja auch ordentlich präsentieren. Oder so eine Art Ambilight, ne? Wenn der Raum dunkel ist, also viele zocken ja in dunklen Rohren, dann reflektiert es vielleicht von der Rückseite. Ja, und ich meine, was auch noch richtig geil ist, sieht man es aktuell nicht, weil wir es rausgenommen haben, im Standfuß ist auch noch ein RGB-Spotlight eingebaut. Unsere Idee war eigentlich, dass wir da das HMX2-Logo auch noch auf so eine kleine Plastikplatte gravieren lassen, das ist quasi unten schön dargestellt. Wir haben aktuell leider noch keine Möglichkeit gefunden, aber wir hoffen, dass es bis zum Ende der Verlosung dann auch der Fall sein wird. Finde ich gut. So, dann sind wir durch, würde ich sagen, oder? Haben wir alles erzählt. Du hast den Zettel, ich dachte, du warst abwacken. Ja, ich habe alles abgehackt. Dann können wir jetzt zocken, oder? Ja, genau. Also in aller Ruhe zocken. Bestellen wir uns vielleicht eine Pizza noch. Und ich habe gesehen, hier haben wir einen Kasten Bier rumstehen. Wie wäre es denn eigentlich, wenn wir öfter mal hier unten zocken würden, dass nicht immer nur ihr beiden quasi an der PC spielt. Gut, ich habe jetzt auch das Privileg gerade gehabt. Aber dass wir irgendwie mal so zusammensitzen, Pizza bestellen, ein bisschen was trinken und zocken. Ja, machen wir mal eine Umfrage. Sagen wir mal so einen Zockerabend machen hier im Höllenstudio, die Kollegen einladen, die Bock haben. Machen wir auch ein bisschen länger danach. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Genau. Und ihr könnt ja dann unten in die Kommentare schreiben, welche Spiele wir testen, welche Spiele wir anzocken sollen. Gute Idee, ja. Ich hoffe auch Rennspiele. Rennspiele, ja. Dann kannst du den Link halt von zu Hause mitbringen. Das ich nicht besitze. Dann musst du dir noch eins kaufen. So, das soll es jetzt gewesen sein. Also im Grunde genommen ging es jetzt um den Asus ROG Swift PG35V Co. Abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke. Liked das Video. Schaut auf Instagram vorbei, da gibt es Hintergrundgeschichten. Genau. Habe ich alles abgehakt. Ja. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann vielleicht abends mal zu einer Zockerrunde, ja. Wenn ihr Bock habt. Okay? Super. Wir haben Glück, dieses Video ist ausnahmsweise mal Hashtag Not Sponsored. Was? Wir haben nicht gesponserte Videos. Geil. Früher haben wir ja nach der Arbeit noch ein bisschen im Laden gespielt. Wie war der Nickname da? Mein Name? Eiterbolle. 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 ? Yay! ? ? ? ? ? Untertitelung des ZDF, 2020